Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Mrs. Sporty im Wiener Kabelwerk eröffnet hat. Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Mrs. Sporty ist ein einzigartiges Konzept, in dem Frauen trainieren in kürzester Zeit, in einer halben Stunde, an hydraulischen Geräten, an Zwischenstationen und damit ihre sportlichen Ziele erreichen. Eine ganz tolle Sache. Ich bin super zufrieden, kann es nur weiterempfehlen für jeden. Es tut richtig gut. Für jedes Alter geeignet, wie Sie sehen, für mich auch. Und man wird wirklich wieder beweglicher und flotter. Und das ganze Wohlbefinden wird besser dadurch. Also, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem letzten Jahr. Es war wirklich toll. Wir sind von Anfang an sehr angenommen worden. Die Damen waren ganz begeistert und ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die von Anfang an uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir erwarten uns vom nächsten Jahr schöne Steigerungen. Mrs. Sporty wird immer mehr und mehr auch in den Medien erwähnt. Es wird die Werbetrommel wirklich eifrig gerührt und schenken uns viele Damen ihr Vertrauen und sehen einfach anhand der Erfolge, dass es wirklich ein tolles Konzept ist, das großartig funktioniert. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.